JABULU! Täglich liefern rund 30 Milchlieferanten ihre frische Apazellermilch bei uns ab. Die Bauern pflegen das Brauchtum und Traditionen. Das merken wir auch im Rohstoff Milch. Die Kühe fressen auf den Alpen frisches Alpengras, sind praktisch 24 Stunden am Tag an der frischen Alpenluft. Der Rohstoff hat dadurch einen unverkennbaren, einzigartigen Geschmack. Das ermöglicht bei uns nachher die Herstellung von Milchprodukten, die sich abheben von der Massenwahr. Wir verschaffen diese Milch täglich frisch mit viel Leidenschaft und Herzblut, identifizieren wir uns mit dem Rohstoff Milch und versuchen, das Maximum aus der Massen zu holen. Und es erfüllt mich mit Stolz, wenn ich sehe, dass an mir ein Teil dieser Wertschöpfungskette sein darf. Jungen kreifet sie! Jung, ho jung, ho jung! Untertitelung des ZDF, 2020